24 braune Sklaven ruderten die prächtige Galere, die den Prinzen Amjiat zu dem Palast des Kalifen bringen sollte. Der Prinz aber, in seinem Purpurmantel gehüllt, lag allein auf dem Verdeck unter dem dunkelblauen, sternbesähten Nachthimmel und sein Blick. Bis hierher hatte die Kleine laut gelesen. Jetzt, beinahe plötzlich, fielen ihr die Augen zu. Die Eltern sahen einander lächelnd an. Fridolin beugte sich zu ihr nieder, küßte sie auf das blonde Haar und klappte das Buch zu, das auf dem noch nicht abgeräumten Tische lag. Das Kind sah auf wie ertappt. Neun Uhr, sagte der Vater. Es ist Zeit zu schlafen. Und da sich nun auch Albertine zu dem Kind herabgebeugt hatte, trafen sich die Hände der Eltern auf der geliebten Stirn und mit zärtlichem Lächeln, das nun nicht mehr dem Kind allein galt, begegneten sich ihre Blicke. Das Fräulein trat ein, mahnte die Kleine, den Eltern Gute Nacht zu sagen. Gehorsam erhob sie sich, reichte Vater und Mutter die Lippen zum Kuss und ließ sich von dem Fräulein ruhig aus dem Zimmer führen. Fräulein und Albertine aber, nun allein geblieben unter dem rötlichen Schein der Hängelampe, hatten es mit einem Mal eilig, ihre vor dem Abendessen begonnene Unterhaltung über die Erlebnisse auf der gestrigen Redoute wieder aufzunehmen. Es war in diesem Jahr ihr erstes Ballfest gewesen, an dem sie gerade noch vor Karnevalsschluss teilzunehmen sich entschlossen hatten. Was Fräulein betraf, so war er gleich beim Eintritt in den Saal wie ein mit Ungeduld erwarteter Freund von zwei roten Dominos begrüßt worden, über deren Person er sich nicht klar zu werden vermochte, ob zwar sie über allerlei Geschichten aus seiner Studenten- und Spitalzeit auffallend genauen Bescheid wussten. Aus der Loge, in die sie ihn mit verheißungsvoller Freundlichkeit geladen, hatten sie sich mit dem Versprechen entfernt, sehr bald und zwar unmaskiert zurückzukommen, waren aber so lange fortgeblieben, dass er, ungeduldig geworden, verzog sich, ins Parterre zu begeben, wo er den beiden fragwürdigen Erscheinungen wieder zu begegnen hoffte. So angestrengt er auch umherspäte, nirgends vermochte er sie zu erblicken. Statt ihrer aber hing sich unversehens ein anderes weibliches Wesen in seinem Arm. Seine Gattin, die sich eben je einem Unbekannten entzogen, dessen melancholisch blasiertes Wesen und fremdländischer anscheinend polnischer Akzent sie anfangs bestrickt, der sie aber plötzlich durch ein unerwartet hingeworfenes, hässlich freches Wort verletzt, ja erschreckt hatte. Und so saßen Mann und Frau im Grunde froh, einem enttäuschend banalen Maskenspiel entronnen zu sein, bald wie zwei liebende, unter anderem verliebten Paaren im Buffetraum mit Austern und Champagner, plauderten sich vergnügt, als hätten sie eben erst Bekanntschaft miteinander geschlossen, in eine Komödie der Galanterie, des Widerstandes, der Verführung und des Gewährens hinein. Und nach einer raschen Wagenfahrt durch die weiße Winternacht sanken sie einander daheim, zu einem schon lange Zeit nicht mehr so heiß erlebten Liebesglück in die Arme. Ein grauer Morgen weckte sie allzu bald. Den Gatten forderte sein Beruf schon in früher Stunde an die Betten seiner Kranken. Hausfrau und Mutterpflichten ließen Albertine kaum länger ruhen. So waren die Stunden nüchtern und vorbestimmt in Alltagspflicht und Arbeit hingegangen. Die vergangene Nacht, Anfang wie Ende, war verblasst. Und jetzt erst, da beider Tagwerk vollendet, das Kind schlafen gegangen und von nirgendher eine Störung zu gewärtigen war, stiegen die Schattengestalten von der Redout, der melancholische Unbekannte und die roten Dominos wieder zur Wirklichkeit empor, und jene unbeträchtlichen Erlebnisse waren mit einem Mal vom trügerischen Scheine versäumter Möglichkeiten zauberhaft und schmerzlich umflossen. Harmlose und doch lauernde Fragen, verschmitzte doppeldeutige Antworten wechselten hin und her. Keinem von beiden entging, dass der andere es an der letzten Aufrichtigkeit fehlen ließ und so fühlten sich beide zu Gelinderrache aufgelegt. Sie übertrieben das Maß der Anziehung, das von ihren unbekannten Redout-Partnern auf sie ausgestrahlt hätte, spotteten der eifersüchtigen Regungen, die der andere merken ließ und leugneten ihre eigenen Weg. Doch aus dem leichten Geplauder über die nichtigen Abenteuer der verflossenen Nacht gerieten sie in ein ernsteres Gespräch über jene verborgenen, kaum geahnten Wünsche, die auch in die klarste und reinste Seele trübe und gefährliche Wirbel zu reißen vermögen und sie redeten von den geheimen Bezirken, nach denen sie kaum Sehnsucht verspürten und wohin der unfassbare Wind des Schicksals sie doch einmal, und wär's auch nur im Traum, verschlagen könnte. Denn so völlig sie einander in Gefühl und Sinnen angehörten, sie wussten, dass gestern nicht zum ersten Mal ein Hauch von Abenteuer, Freiheit und Gefahr sie angerührt. Bang, selbstquälerisch, in unlauterer Neugier versuchten sie eines aus dem anderen Geständnisse hervorzulocken und ängstlich näher zusammenrückend forschte jedes in sich nach irgendeiner Tatsache, so gleichgültig nach einem Erlebnis, so nichtig es sein mochte, das für das Unsagbare als Ausdruck gelten und dessen Aufrichtige beichte sie vielleicht von einer Spannung und einem Misstrauen befreien könnte, das allmählich und erträglich zu werden anfing. Albertine, ob sie nun die ungeduldigere, die ehrlichere oder die gültigere von den beiden war, fand zuerst den Mut zu einer offenen Mitteilung. Und mit etwas schwankender Stimme fragte sie Fridolin, ob er sich des jungen Mannes erinnere, der im letztverflossenen Sommer am dänischen Strand eines Abends mit zwei Offizieren am benachbarten Tisch gesessen, während des Abendessens ein Telegramm erhalten und sich daraufhin eilig von seinen Freunden verabschiedet hatte. Fridolin nickte. »Was war's mit dem?«, fragte er. »Ich hatte ihn schon des Morgens gesehen«, erwiderte Albertine, als er eben mit seiner gelben Handtasche eilig die Hoteltreppe hinanstieg. Er hatte mich flüchtig gemustert, aber erst ein paar Stufen höher blieb er stehen, wandte sich nach mir um und unsere Blicke mussten sich begegnen. Er lächelte nicht, ja, er schien mir, dass sein Antlitz sich verdüsterte und mir erging es wohl ähnlich, denn ich war bewegt wie noch nie. Den ganzen Tag lag ich traumverloren am Strand. Wenn er mich riefe, so meinte ich zu wissen, ich hätte nicht widerstehen können. Zu allem glaubte ich mich bereit, dich, das Kind, meine Zukunft, hinzugeben. Glaubte ich mich so gut wie entschlossen und zugleich, wirst du es verstehen? Warst du mir teurer als je, gerade an diesem Nachmittag? Du musst dich doch erinnern, fügte es sich, dass wir so vertraut über tausend Dinge, auch über unsere gemeinsame Zukunft, auch über das Kind plauderten, wie schon seit langem nicht mehr. Bei Sonnenuntergang saßen wir auf dem Balkon, du und ich. Da ging er vorüber unten am Strand, ohne aufzublicken, und ich war beglückt, ihn zu sehen. Dir aber strich ich über die Stirne und küsste dich aufs Haar, und in meiner Liebe zu dir war zugleich viel schmerzliches Mitleid. Am Abend war ich sehr schön, du hast es mir selbst gesagt, und trug eine weiße Rose im Gürtel. Es war vielleicht kein Zufall, dass der Fremde mit seinen Freunden in unserer Nähe saß. Er blickte nicht zu mir her, aber ich spielte mit dem Gedanken, aufzustehen, an seinen Tisch zu treten und ihm zu sagen, da bin ich, mein Erwarteter, mein Geliebter, nimm mich hin. In diesem Augenblick brachte man ihm das Telegramm. Er las, er blaste, flüsterte dem Jüngeren der beiden Offiziere einige Worte zu, und mit einem rätselhaften Blick, mich streifend, verließ er den Saal. Ja und? fragte Fridolin trocken, als sie schwieg. Ja nichts weiter. Ich weiß nur, dass ich am nächsten Morgen mit einer gewissen Bangigkeit erwachte, wovor mir mehr bangte, ob davor, dass er abgereist, oder davor, dass er noch da sein könnte. Das weiß ich nicht, das habe ich auch damals nicht gewusst. Doch als er auch mittags verschwunden blieb, atmete ich auf, fragte mich nicht weiter. Fridolin, ich habe dir die ganze Wahrheit gesagt, und auch du hast an jenem Strand irgendetwas erlebt. Ich weiß es. Fridolin erhob sich, ging ein paar Mal im Zimmer auf und ab, dann sagte er, du hast recht. Er stand am Fenster, das Antlitz im Dunkel. Des Morgens, begann er mit verschleierter, etwas feindseliger Stimme. Manchmal sehr früh noch, ehe du aufgestanden warst, pflegte ich längst, des Ufers dahin zu wandern, über den Ort hinaus, und so früh es war, immer lag schon die Sonne hell und stark über dem Meer. Da draußen am Strand gab es kleine Landhäuser, wie du weißt, die jedes da standen, eine kleine Welt für sich, manche mit umplankten Gärten, manche auch nur von Wald umgeben, und die Badehütten waren von den Häusern durch die Landstraße und ein Stück Strand getrennt. Kaum, dass ich je in so früher Stunde Menschen begegnete, und Badende waren überhaupt niemals zu sehen. Eines Morgens aber wurde ich ganz plötzlich einer weiblichen Gestalt gewahr, die eben noch unsichtbar gewesen, auf der schmalen Terrasse einer in den Sand gepfällten Badehütte, einen Fuß vor den anderen setzend, die Arme nach rückwärts an die Holzwand gespreitet, sich vorsichtig weiter bewegte. Es war ein ganz junges, vielleicht 15-jähriges Mädchen mit aufgelöstem, blonden Haar, das über die Schultern und auf der einen Seite über die zarte Brust herabfloss. Das Mädchen sah vor sich hin, ins Wasser hinab. Langsam glitt es längs der Wand weiter, mit gesenktem Auge nach der anderen Ecke hin, und plötzlich stand es mir gerade gegenüber. Mit den Armen griff sie weit hinter sich, als wollte sie sich fester anklammern, sah auf und erblickte mich plötzlich. Ein Zittern ging durch ihren Leib, als müsste sie sinken oder fliehen. Doch da sie auf dem schmalen Brett sich doch nur ganz langsam hätte weiterbewegen können, entschloss sie, sich innezuhalten und stand nun da. Zuerst mit einem erschrockenen, dann mit einem zornigen, endlich mit einem verlegenen Gesicht. Mit einem Mal aber lächelte sie, lächelte wunderbar. Es war ein Grüßen, ja, ein Winken in ihren Augen und zugleich ein leiser Spott, mit dem sie ganz flüchtig zu ihren Füßen das Wasser streifte, das mich von ihr trennte. Dann reckte sie den jungen, schlanken Körper hoch, wie ihrer Schönheit froh und, wie leicht zu merken war, durch den Glanz meines Blickes, den sie auf sich fühlte, stolz und süß erregt. So standen wir uns gegenüber, vielleicht zehn Sekunden lang, mit halboffenen Lippen und flimmernden Augen. Unwillkürlich breitete ich meine Arme nach ihr aus. Hingebung und Freude war in ihrem Blick. Mit einem Mal aber schüttelte sie heftig den Kopf, löste einen Arm, von der Wand deutete gebieterisch, ich solle mich entfernen. Und als ich es nicht gleich über mich brachte, zu gehorchen, kam ein solches Bitten, ein solches Flehen in ihre Kinderaugen, dass mir nichts anderes übrig blieb, als mich abzuwenden. So rasch als möglich setzte ich meinen Weg wieder fort. Ich sah mich kein einziges Mal nach ihr um, nicht eigentlich aus Rücksicht, aus Gehorsam, aus Ritterlichkeit, sondern darum, weil ich unter ihrem letzten Blick eine solche über alle je erlebte hinausgehende Bewegung verspürt hatte, dass ich mich einer Ohnmacht nah fühlte. Und er schwieg. Und wie oft, fragte Albertine vor sich hinsehend und ohne jede Betonung, bist du nachher noch denselben Weg gegangen? Was ich dir erzählt habe, erwiderte Fridolin, ereignete sich zufällig am letzten Tag unseres Aufenthaltes in Dänemark. Auch ich weiß nicht, was unter anderen Umständen geworden wäre. Frag auch du nicht weiter, Albertine. Er stand immer noch am Fenster, unbeweglich. Albertine erhob sich, trat auf ihn zu, ihr Auge war feucht und dunkel, leicht gerunzelt die Stirn. Wir wollen einander solche Dinge künftig hin immer gleich erzählen, sagte sie. Er nickte stumm. Versprich's mir. Er zog sie an sich. Weißt du das nicht? fragte er. Aber seine Stimme klang immer noch hart. Sie nahm seine Hände, streichelte sie und sah zu ihm auf mit umflorten Augen, auf deren Grund er ihre Gedanken zu lesen vermochte. Jetzt dachte sie seiner anderen, wirklicherer, dachte seiner Jünglingserlebnisse, in deren manche sie eingeweiht war, da er, ihrer eifersüchtigen Neugier allzu willig nachgebend, ihr in den ersten Ehejahren manches verraten, ja, wie ihm oftmals scheinen wollte, preisgegeben, was er lieber für sich hätte behalten sollen. In dieser Stunde, er wusste es, drängte manche Erinnerung sich ihr mit Notwendigkeit auf und er wunderte sich kaum, als sie wie aus einem Traum den halb vergessenen Namen einer seiner Jugendgeliebten aussprach. Doch wie ein Vorwurf, ja, wie eine leise Drohung klang er ihm entgegen. Er zog ihre Hände an seine Lippen. In jedem Wesen, glaub es mir, wenn es auch wohlfeil klingen mag, in jedem Wesen, das ich zu lieben meinte, habe ich immer nur dich gesucht. Das weiß ich besser, als du es je verstehen kannst, Albertine. Sie lächelte trüb. Und wenn es auch mir beliebt hätte, zuerst auf die Suche zu gehen, sagte sie. Ihr Blick veränderte sich, wurde kühl und undurchdringlich. Er ließ ihre Hände aus den Seinen gleiten, als hätte er sie auf einer Unwahrheit, auf einem Verrat ertappt. Sie aber sagte, ach, wenn ihr wüsstet. Und wieder schwieg sie. Wenn wir wüssten, was willst du damit sagen? Mit seltsamer Härte erwiderte sie, ungefähr, was du dir denkst, mein Lieber. Albertine, so gibt es etwas, was du mir verschwiegen hast. Sie nickte und blickte mit einem sonderbaren Lächeln vor sich hin. Unfassbare, unsinnige Zweifel wachten in ihm auf. Ich verstehe nicht recht, sagte er. Du warst kaum siebzehn, als wir uns verlobten. Sechzehn vorbei, ja, Fridolin. Und doch, sie sah ihm hell in die Augen, lag es nicht an mir, dass ich noch jungfräulich deine Gattin wurde. Albertine! Und sie erzählte, es war am Wörthersee, ganz kurz vor unserer Verlobung, Fridolin. Da stand an einem schönen Sommerabend ein sehr hübscher junger Mensch an meinem Fenster, das auf die große, weite Wiese hinaus sah. Wir plauderten miteinander. Und ich dachte im Laufe dieser Unterhaltung, ja, höre nur, was ich dachte, was ist das doch für ein lieber, entzückender junger Mensch. Er müsste jetzt nur ein Wort sprechen, freilich, das Richtige müsste es sein. So käme ich zu ihm hinaus auf die Wiese und spazierte mit ihm, wohin es ihm beliebte, in den Wald vielleicht. Oder schöner noch wäre es, wir führen im Kahn zusammen in den See hinaus, und er könnte von mir in dieser Nacht alles haben, was er nur verlangte. Tja, das dachte ich mir. Aber er sprach das Wort nicht aus. Der entzückende junge Mensch, er küßte nur zart meine Hand und am Morgen darauf fragte er mich, ob ich seine Frau werden wollte. Und ich sagte ja. Fridolin ließ unmutig ihre Hand los. Und wenn an jenem Abend, sagte er dann, zufällig ein anderer an deinem Fenster gestanden hätte, und ihm wäre das richtige Wort eingefallen, zum Beispiel, er dachte nach, welchen Namen er nennen sollte, da streckte sie schon wie abwehrend die Arme vor. Ein anderer, wer immer es gewesen wäre, er hätte sagen können, was er wollte, es hätte ihm wenig geholfen. Und wärst nicht du es gewesen, der vor dem Fenster stand, sie lächelte zu ihm auf, dann wäre wohl auch der Sommerabend nicht so schön gewesen. Er verzog spöttisch den Mund. So sagst du in diesem Augenblick, so glaubst du vielleicht in diesem Augenblick, aber... Es klopfte. Das Dienstmädchen trat ein und meldete, die Hausbesorgerin aus der Schreivogelgasse sei da. Den Herrn Doktor zum Hofrat zu holen, dem es wieder sehr schlecht gehe. Fridolin begab sich ins Vorzimmer, erfuhr von der Botin, dass der Hofrat einen Herzanfall erlitten und sich sehr übel befinde und er versprach, unverzüglich hinzukommen. Du willst fort? fragte ihn Albertine, als er sich rasch zum Fortgehen bereit machte, so ärgerlichen Tons, als füge er ihr mit Vorbedacht ein Unrecht zu. Fridolin erwiderte, beinahe verwundert, ja, ich muss wohl. Sie seufzte leicht. Es wird hoffentlich nicht so schlimm sein, sagte Fridolin. Bisher haben ihm drei Cent die Morphinen immer noch über den Anfall weggeholfen. Das Stubenmädchen hatte den Pelz gebracht. Fridolin küsste Albertine ziemlich zerstreut, als wäre das Gespräch der letzten Stunde aus seinem Gedächtnis schon weggewischt, auf Stirn und Mund und eilte davon. Klaus Vielen Dank.